Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an Alle Chikos und Chikas da draußen Der Sky ist am Start Oh, scheiße, sorry Kleine Runde Ein bisschen Petro sag ich jetzt einfach mal dazu Ähm Halo 3 Ich bin aber nicht alleine Nein Ich hab so mit meinen kurzen Abonnenten mit am Start Das ist immer auch am Längen Der Kasem Genau, du kannst dich auch selber vorstellen Der Kasem Ja Es leckt übel Das macht überhaupt keinen Spaß gerade So, Schott, die Snipers am Start hier erstmal direkt Alter Da Ey, ich kann ihn nicht besser in den Kopf treffen Das geht nicht Zeig dich nochmal Ey, das Ey, das ist so unglaublich Das ist am Längen Boah, du Scheiße Ich hasse das Da hat man eine scheiße Hunderttausender Leitung Weiß Das ist nur am Längen Das geht nicht Was ist mit dieser Sniper? Ist die noch am Start? Natürlich nicht Verdammter Hacke Alter, wo kommst du hier? Ja, komm Alter, guckt euch das mal an, Leute Denn another Nielfell Dieser Nilpferd Der hat Rot Alle anderen Tockeln bei Gelb rum Und ich versuch die ganze Zeit zu sprinten Aber man kann ja nicht sprinten Man ist ein verfickter Supersoldat Und man kann nicht sprinten Was für ein Scheiß Wie konnte ich das Früher bloß so suchten, ey So, okay Granaten wechselt man hier Vorher, hier steht meistens ein Typ mit einem Schwert Okay, hier nicht Dann nehmen wir uns das hier mal mit Vorsicht, da drin ist ein Typ mit einem Schwert Das werden wir mal so mal deichseln Ja Wuhu, Double Kill Like a boss, Bitch Da könnte noch einer sein Nein Aua, doch War mit der Buzze Fick dich Ey, wie kann man bloß so campen Sniper, Buzze, Schwert Alles am Schlüssel gewesen, ey Hässlich ist das Wo kommst du denn her Da pisst dich Keiner mag dich Boah Fuck it Leute, der ist mit einem Schwert da drin Hört doch mal auf, da rein zu rushen Du hast zu laggen Du Affe Spielverderber Noch ein Kill Hört doch auf, keine Attenreizung schmeißt Ich steh doch hier Ich hab den falschen Helm auf Hört doch nicht Schmeißgranaten, Kassum Da kommt einer mit dem Schwert Vorsicht, der steht direkt in der Ecke mit dem Schwert Ach, Scheiße Ich hab dich gerecht Alter, ey Der müsste schon längst tot sein Kann ich mal einen neuen Host auswählen Wie mich zum Beispiel Wie mich zum Beispiel Oha Kassum Mit seiner Glasfaserleitung Nee, das wär ja voll intelligent und so Oh, hier ist Schwert Das ist meine 5 beste Waffe in Halo Reach Ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein kann Bam Da ist einer Na ja, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn durchkommen Alter, was soll denn das? Na, immerhin haben wir jetzt mal alle gelb Willkommen im 21. Jahrhundert Ei, 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 ei Ich weiß, es ist grad ziemlich unspannend und unspektakulär und alles Aber das gehört alles zu meinem Plan Scheiße Ja Double kill Again and again and again Alter, ich hab einen perfekten Mauler gehabt So, ist mein Sniper hier Es ist alles so langsam und sowas Achso, was ich mir erzählen wollte Ähm Und zwar Hab ich ja letztens ja einen kleinen Letztest zu Äh Call of Duty Ghosts gemacht Und da hab ich mir auch nochmal Battlefield 4 ausgeliehen Da wollte ich nochmal Battlefield 4 Richtiges Letztest machen Aber Ich hab zwei, dreimal gespielt Und das ist so scheiße, das Spiel Es tut mir leid, das sagen zu müssen Ich bin eigentlich Ein extremer Battlefield Fan eigentlich gewesen Ich hab lieber Battlefield gespielt Als alles andere Lieber als COD Weil COD hat mir damals einfach zu viel Von damaligen Kriegenheit gemacht Also sprich, die haben Zum einen haben sie nicht selber entwickelt Sondern haben einfach nur Weltkriege nachgestellt Und sowas muss ich einfach nicht nachspielen Ganz ehrlich Da bin ich ein bisschen eigen Was sowas angeht Und Ja, als ich das dann Gespielt habe Battlefield 4 Weil Battlefield für mich immer besser war Eigentlich in der Art und Weise Das war überhaupt nicht meins Bis du dann eigentlich mal überhaupt Eine Schnitte gegen die ganzen Leute hattest Hat Ewigkeiten gedauert Also es fing Am Dritten oder vierten Tag Fing es erst an Dass es einigermaßen gut wurde Und ich hab mir das nochmal ausgeliehen Weil ich dachte Okay, vielleicht hast du dir ja Mit deiner Meinung irgendwie zu schnell Erforschnell gehandelt Oder sowas Aber es war trotzdem genauso schlimm Drei Tage später war es immer so schlimm Jetzt hab ich mir nochmal Ghost ausgeliehen Und jetzt weiß ich auf jeden Fall Wenn ich mir ein Spiel kaufen sollte Dann auf jeden Fall erstmal Ghost So viel ist sicher So, Headshot Bitch Also ich sag mal Für Anfänger ist Battlefield 4 Wesentlich besser geeignet Ganz ehrlich Weil du da ja viel rumlaufen musst Und nicht so schnell stirbst Bei COD Verrückst halt Extrem schnell halt Hardcore Hast du schon eins der beiden Spiele gespielt, Kasse? Ich hör dich ganz schlecht Ich hab auch keine Ahnung warum jetzt Also ich hab Ghost Bei einem Kumpel Auf die Battlefield 4 angezogen Ja Meiner Meinung Wie gesagt, ich hab Battlefield eigentlich immer mehr gemacht Ich hab mir Battlefield Bad Company 2 Battlefield 3 Und Battlefield 4 War echt am überlegen Ob ich mir das jetzt wirklich hole oder nicht, ey Aber hat sich für mich jetzt erstmal so weit erledigt Also wenn Wenn es mal günstiger wird Und auf jeden Fall Dann hole ich es mir auf jeden Fall Ich sag mal nicht Jetzt laufen mir echt gerade zwei Schwerter rum Oh Leute Das ist so unlustig gerade irgendwie Ja Ja ich hab auch keine Ahnung warum sie die ganzen Schwerter hier haben Vor allem was eigentlich mal mit der Buzzy Die müsste eigentlich auch mal spawnen Buzzy ist nicht da Wahrscheinlich fehlt die Unsichtbarkeit auch Jo Es tut mir wahnsinnig leid Leute Aber ihr seht ja wie es am Längen ist Weißt du Da haben wir ein Einhorn Nie ein Fett haben wir im gegnerischen Team Boah Wie kann man sich bloß Toy Story 2 und 3 nennen Was für ein Bullshit Manchmal denkst du echt beim Namen Da hat jemand ins Gehirn geschissen oder so So jetzt hab ich ne Buzzy Jetzt werden wir die Scheiße erstmal aufräumen Der hat nicht mitbekommen Dass sein Kollege von der Buzzy erwischt wurde Oh der war nice Einfach mal so kreuz und quer Irgendwo hin katapultiert Die Scheiße Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg So auf jeden Fall leckt es nicht mehr So wie ich das jetzt mitbekommen habe Kurz vor Ende des Spiels Du musst mal ein bisschen deutlicher sprechen Ich werde mir jetzt die Karten am Wochenende kaufen Ja ich hab Ghost halt nur ausgeliehen Aber ich bleib das erstmal ne Weile So bis Sonntag oder sowas bleib ich das jetzt noch Double kill Nein mein Tribble Du kannst ja jetzt gar nicht einfach bei Youtube Bei Ebay einfach kaufen Dann kriegst du es innerhalb von 10 bis 20 Minuten Dann hast du es da So ein Spiel müssen wir auf jeden Fall noch mal Das war jetzt grad gar nichts Wenn du in des Spiels Fängt es erst an Der sind ja meistens auf MMOGA Das sind halt innerhalb von 5 Ja es ist genau das gleiche wie gesagt Wie bei Ebay Ebay Das ist genauso Hab ich meistens auch immer gemacht Und wie sieht es eigentlich mit dir und Xbox One aus? Wirdst du dich die geholt oder sagst du dir ja Ne ich gehe auf die Playstation Ne ich hole mir die Xbox One Einfach schon weil ich beim Zocken im Fernsehen gucken kann Das ist richtig ja Das ist richtig Ach zu Weihnachten kriegst du die auch noch Ne zu Weihnachten kriegst du die auch noch Achso Ok so funktioniert es natürlich auch Ne ich krieg Ich hab jetzt schon meinen Kühlschrank bekommen Ich sag mal so Mit der Xbox One warte ich lieber noch Bis die in Anführungsstrichen Zweite Generation rausgekommen ist Weil ich sag mal die ersten Konsolen Sind immer eine Beta Konsole kann man so sagen Da kommen immer noch so Kinderkrankheiten Und sowas hoch Und daher warte ich wahrscheinlich bis Bis so die zweite Generation rausgekommen ist Dann hab ich Ruhe davon Hast du schon diese Fails von den Laufwerken gesehen Von den Laufwerken gesehen Wo die Disks dann kaputt sind Sind das konkret Laufwerken? Weiß ich nicht Ja das fängt dann zu komisch an zu mütteln Die CDs meistens so fangen Dass man kaum noch was zocken kann Ja und das gleiche Problem hatte ich ja wie gesagt Mit meinem Battlefield Es stand mal bei mir senkrecht Dass er meine Katzen gegengelaufen hat Und dann war es vorbei mit Battlefield 2 Dann hab ich von einem Kollegen halt Die richtige CD bekommen Habs mir installiert und dann ging es Aber jetzt hab ich seit vor kurzem Hab ich Battlefield 4 Battlefield 2 Battlefield Bad Company 2 Ähm Ja runtergeschmissen von Von der Festplatte Okay ein Spiel machen wir noch Und das wird jetzt richtig gut Pitstop ist zwar schön Aber Team Slayer ist scheiße Was bei mir passiert ist Was bei mir passiert ist Was bei mir passiert ist Wenn ich die Die zweite CD Ich hatte mein Computerlaufwerk drin Hab sie rausgenommen Und irgendwie ist mir so Von der Fall Seine ein Stück abgebrochen Hab sie nicht richtig gemerkt Hab sie reingelegt Ja und das coole Was jetzt halt der Kasen gemacht hat Das feiere ich immer noch Übrigens total Also er hat mich einfach mal Ja hier geedit Bei Xbox Live Und ich nehme sowas Freu dich an Also wenn ihr auch mal meint Ihr wollt mal mit mir zocken Oder sowas Dann Äh Edit mich einfach Den Namen seht ihr jetzt da Wie er geschrieben wird Und äh Ihr müsst Also ihr könnt ja auch Alles klein schreiben So ist es ja nicht Und das I an der Seite Also I6 Skyline 9I Das ist ein L Ein kleines L Nur mal mit dem Scheiben Ist schon mal So Da greife ich mir jetzt nur die Sniper Okay das war schlecht Hä Das war ein astreingetreffer mit dem Sniper Verarschen kann ich mich auch alleine Aber immerhin lag das nicht mehr Boah dass die Spiele so langsam waren Wusste ich gar nicht ey Was Scheiße Ich spiel so schlecht Kasem was los Du hast rot Aua Was zum Fick ist das denn jetzt Läuf bei dir Pazzi Die nehme ich mal dankend mit Puh Das war knapp Oh ich hasse das Ich hasse das Ich hasse das Ich hasse das Wenn du anvisiert bist Abgeschossen wirst Dass du dann wegvisierst Und dann Drückst aber immer noch wegvisieren Selber Dann visierst du aber wieder an Weil du in dem Moment ja schon wegvisiert hast Visierst dann wieder weg Weil du angeschossen bist Aber visierst wieder ran Weil du denkst du wirst es wegvisieren Das ist voll dumm Das ist mir grad hier 5-6 mal grad hintereinander passiert Das sah auf jeden Fall sehr lustig aus So So Hier unten ist er nicht Ach du scheiße wie viele Waffen liegen denn hier unten Willst du mich verarschen Ich hasse sowas Leute Ich bin One-Shot Bum 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 Ich bin immer noch One-Shot Obwohl ich grad 5 Kugeln in die Fresse bekommen habe Das ist sinnlos Das ist scheiße sinnlos Leute Oh auf jeden Fall ist ein schöner Day noch Ich bin mir grad fett den Arsch geradet Oh was die immer alle aushalten Das ist unglaublich Fickt euch Oh schmeißen sie drei Granaten Aber hier der Regenerationsfeld Der ist wenigstens noch gut In Halo 4 Wenn du den benutzt Der bringt dir gar nichts Null Ach Leute Ey es wird mir alles abgestoppt Und dann sterbe ich auch noch Was soll der Müll 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 Geht gar nicht klar Werde ich zum Tier Ich hab's gesehen Ich bin gut Ach komm Das ist so schlecht Ich bin so schlecht Und ich war immer auf Level 44 bei Lone Wolfs Nicht verdient ey Du dann kommst mir nicht Bitch Oh Massaker Scheiße Massaker tot So das Spiel ist sowieso jetzt vorbei Juhu Das war richtig schlecht Ja Aber du hast on Ey du hast richtig gut gerotzt Junge Also Okay das war mal unser kleines Kleines Retro Zu zweit Und ja Wie gesagt Wenn ihr mal mit mir zocken wollt Dann wisst ihr jetzt wie ich geschrieben werde Und dann könnt ihr mich ruhig mal ändern Finde ich voll cool Ansonsten sieht man sich hoffentlich irgendwann mal online Tschüss Ciao